Mit der 4 Ilber Lokai, mit der 5 Sebastian Weizel, mit der 7 Jannik Heringer, mit der 8 Kolja Herrmann, mit der 11 Daniele Vesco, mit der 14 Rico Werle. Gegen die TSG Balingen 7 zu 0 Heimsieg und davor auswärts 3 zu 1 Sieg gegen die Barockstadt Fulda-Lehnertz. Aktion bislang beteiligt. Jetzt über rechts, das könnte wirklich gefährlich werden. Trotz Schrei, Pepic, Vesco, ist eigentlich schnell. Ja, dazwischen gesprungen, super, 1 zu 0 für den BFC. Das war Fabio Kinas, die Nummer 24. War es, war es nicht? Kolja Herrmann? Ich dachte, es wäre Kolja Herrmann. Wir schauen es uns einfach nochmal an. Auf jeden Fall schön dazwischen gespritzt. Auf jeden Fall war es ein eher kleinerer Spieler. Ich glaube, er war Kolja Herrmann. Ist Herrmann, ja. Genau, ist Herrmann. Auf Schipp und Bektasi. Auf Jannik Heringer. Auf, so, jetzt vielleicht. Gute Parade. Ja, und Mainz kombiniert wieder gefährlich durchs Mittelfeld. Achtung, der ist drin. 1 zu 1. Das war Etienne Portmann, meiner Meinung nach. 1 zu 1. 31. Minute. Aus dem Nix. Ja, nochmal. In der Mitte hat Portmann zu viel Platz. Mal gespannt, was er macht. Er macht ein Tor. Und das macht er schön. Ja, 2 zu 1. Shot Mainz. In der 37. Minute. Torschütze. Die Nummero 2. Birkan Celik mit einem schönen Freistoßtor. Celik ist bei uns Hasan Pebic. Kurzes Eck. Ja. Hat er gut gemacht. Gut ja, der dann gerettet hat. Heringer versucht, den hinten rauszuspielen. Wird gelegt. Na ja, das ist jetzt Kasper, der Theater von Portmann. So, jetzt wird es doch noch etwas hitzig. Mal sagen, das ist unser etatmäßiger Sturm, der jetzt aufs Spielfeld gekommen ist. Ja. So, jetzt vielleicht. Jawohl, Köp. Schade. Ärgerlich. Schön. Jetzt vielleicht die Entscheidung. Fragezeichen. Ja, und jetzt gibt es Elfmeter. Oh, nee, kein Elfmeter. Ja, sehr schön. Hat man jetzt Zeit? Ja, und Sonnenwald schießt das Tor. Mann! Puh, da stand er auch tatsächlich auf. 2 zu 2. Jawohl. Gut, dass wir unterbrochen haben in unserem Ergebnisspiel. Sonnenwald rennt zu Denz Müller. 2 zu 2. Na also, jetzt dürfte es vorbei sein. Jawohl. So ist es. Das Spiel ist zu Ende. 2 zu 2 trennen sich der Balinger FC und der TSV Schott Mainz. Das Spiel ist zu Ende. 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 Untertitelung des ZDF, 2020